Hi Leute, ich wollte euch nochmal Bescheid geben, wenn ihr euch für den Kurs anmelden wolltet, Nutrition Now, und Bedenken habt. Viele haben da ja Zweifel, hilft mir das weiter? Gar kein Problem, probier es doch einfach aus. Es gibt sowieso eine 30-Tage-Zurück-Garantie. Schau, ob das was für dich ist. Und wenn es dir nicht weiterhilft, dann bringt es ja auch nichts. Dann geh wieder raus, verschwend deine Zeit nicht und such dir das an dem Punkt, wo dir jetzt gerade weiterhilft. Dann bist du vielleicht gerade an einem anderen Punkt und das ist gerade nicht das Richtige für dich. Aber ansonsten geh einfach rein, probier es aus. Du hast 30 Tage, wo du es testen kannst. Der Kurs geht zweieinhalb Monate lang. Und ansonsten schreib mir eben auch einfach, ob das für dich passt. Ich kann das ja gut einschätzen, hab den Kurs ja gemacht, ob das dir jetzt gerade weiterhilft, dass du dann da wirklich optimal unterstützt wirst in dem Kurs. Und dann freue ich mich drauf, dich im Kurs zu sehen und bin gespannt. Ich freue mich auch unbedingt immer über Feedback. Also wenn du dir schon geholt hast, dann schreib mir unbedingt im Kurs, egal wo. Schreib mir eine E-Mail. Und ansonsten geht am Kurs, ist unten drunter, oben drunter verlinkt vom Video. Klicke einfach auf den Link und auf der Kursseite findest du auch nochmal alle ausführlichen Infos. Und ansonsten mach's gut. Bis dann. Ciao.